Wir gehen jetzt direkt durchs Kriegsgebiet, nur viel Spaß. Doch, nicht. Moment, kannst du dann Handelsposten bauen? Angriff, in den Kampf, jawohl, angriff, jawohl, angriff, jawohl, angriff, jawohl. Niedermetzeln, das ist schön zum entspannen, dann braucht man keine echten Männerniedermetzeln. Angriff! Ja, bravo, angriff! Halt! Schäfchen! Ja, das ist jetzt von mir besetzt. So, wir brauchen das, und das, und das ist schon erledigt. Bereits! Jawohl! Hallo? Und das da? Zimmermann! Ja, hallo? Händler! Was macht sie da unten? Ja, hallo! Ja, hallo! Bereits! In den Kampf! Hast du das? Jawohl! Ja, andere! Jawohl! Angriff! Jawohl! Jawohl! Auftrag! 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 Angriff! In den Kampf! Angriff! In den Kampf! In den Kampf! Ja! Würfelin! Angriff! Auftrag! Jawohl! Ich schätze mal, dass immer noch rot übrig ist, ne? Hoppala! Ich glaube, ich habe gerade eine Katze getreten. Ich habe meinen Fuß umgelegt und da war auf einmal was flauschig ist. Ich dachte, die können schon hier... Ja? Wird gemacht! Ja? Jawohl! Auftrag! Jawohl! Jawohl! In den Kampf! Ach! Angriff! Ha! Und der kommt mit hin und einfach wieder zurück! Bereit! Erledigt! Jawohl! Ah! 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 du kannst zurück du kannst zurück oder auch nicht da das ist ja schon gebaut ne es geht sich sogar aus das hat gefehlt was wer ist denn noch nicht besiegt wer ist da auftrag in den kampf dann fehlen die hellrosen die haben ja nicht aufgegeben und da gehen die das wäre blau gewesen so was können wir noch alles ausrüsten so viel wie möglich ja so mach das da fertig fast ja und du brauchst da jetzt bereit wird erledigt ja angriff das bringt ja nichts so bereit in den kampf ich nehme nur dass die roten Flecken davon das Ding sind wecken roten Flecken von der Karte so so viele Sachen schon wieder aufgabe aufgabe warte holzfäller holzfäller dann haben wir noch holz auftrag jawohl hallo ja sammler sammler so ja jawohl angrepp jawohl angrepp so ich klau mir da eine ja richtig der soll das da aufsammeln bereit da ist eine rosa da ist eine rot bereit zurück auf wird alles wird erledigt scheiße na komm schon mach was ja und er braucht zu lang zum aufstehen bereit so ja ja angriff ja auftrag jawohl das ist jetzt sehr schlecht ja wird erledigt auftrag standen richtig stehen bleiben so bereit da liegt auch einer am boden jawohl das doch mal wegräumen oder räumert Zestas weg ja angriff wo was aufgabe ja 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 sammler bereit wird erledigt bereit wird erledigt verstanden aufgabe ja sammler hallo aha ähm richtig dann schicken wir die dahin nichts kann mein dorf jetzt noch retten ich bin verloren ich kann mich nur noch geschlagen geben akzeptierst du das die da haben gestört und weil da so viele waren jetzt haben wir gewonnen na gut dann hoffe ich mal dass euch das video gefallen hat die videoreihe ja ich muss mich strecken ja eine stunde zehn haben wir gebraucht das ist so durchschnittlich wenn wir alle bekämpfen ja ich könnte mir auch mal in den kommentaren zurücklassen ob das gut war dass ich so nachrichten bringe die ich gelesen habe oder ob das doof ist ich könnte natürlich auch was von mir jetzt also ich habe ja auch was von mir erzählt äh dass ich auf facebook gesperrt wurde aber ja ich bin eine männerhasserin das weiß ich das gebe ich offen zu das ist bekannt und der miese Drecksack der mich gemeldet hat der wird es noch stark bereuen ich weiß einer von den dreien die mich da die ganze zeit genervt haben wird es gewesen sein die anderen habe ich ja vorher schon blockiert gehabt oder nachher weiß ich nicht aber die sind sowieso schon blockiert also ja ja also falls ihr momentan was braucht es nicht auf facebook sondern irgendwo anders fragen oder ihr könnt was fragen aber ich könnte halt leider keine antwort bekommen ich kann euch leider nichts schicken auf facebook es ist so scheiße es ist so blöd ich lege mir ab jetzt ein zweites profil zu und werde das damit dann kommentieren solche Sachen das hat ja keine zukunft ok ich habe ein zweites profil aber da möchte ich mich auch gesperrt werden das ist mein notfallprofil mit meinem echten Namen und alles also meinen bürgerlichen mit dem ich geboren wurde und der in meinem pass steht der ja leider nicht luchier ist noch nicht ja na gut alle wichtigen links sind in der video beschreibung auch ein unterstützungskonto wenn ich viel geld habe kann ich meinen Namen auch umändern lassen so ganz offiziell so auf papier wäre es ja praktisch aber momentan kann ich mir das nicht leisten hoffe ihr hat das video gefallen nochmal und dann sage ich tschüss bis zum nächsten video welches auch immer das ist jetzt kommen ja ab und zu auch vlogs bis zum nächsten Mal